Hallo und herzlich Willkommen zurück zu The Forest. Bei mir ist immer noch der Leil Reinhardt. Ich sag ja da, dass irgendwann Spider-Man geht. Spider-Man gehen, weggehen. Alter. So, okay. Ich will mich mal konzentrieren. Ich bin offscreen mal, bin nicht weitergelaufen. Und zwar runter. Alter, quietsch doch nicht so extrem. Entschuldigung, mach das mal nicht. Du kannst doch mit. Liegt ja immer wieder neuer? Äh, ich glaub ja. Aber der eine, der da unten hockt, ist weg. Hä? Nee, da hinten liegt er doch. Alter, du kannst leichter aufmachen. Ah nee, das ist keiner, sorry. Nee. Trotzdem, du hast auch zum Scheißlecht. Ne? Ich... So, gehen wir mal kurz deinen Kopf. Sag mal, wie viel Körper brauche ich noch? Noch ein Kopf. Ich hole auf den Kopf, Junge. Ich hole auf die Fresse. So, muss noch, ich brauche noch ein Körper, Jungs. Komm, 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 komm. Hier brauche ich auch noch drei Köpfe, also brauche ich insgesamt vier Köpfe. Jungs? Ich sag dir bescheiden, ich sollte irgendwann so einen Streit machen. Aber nur mit vier, aber nur mit vier Leuten, ne? Ja, ja, ja. So ein Liter... Ach nee, den habe ich schon geschlachtet. Nein, das ist der von da unten. Ich jetzt? Ja. Hä? Stimmt's. Sag mal, ist der irgendwie anhänglich? der, 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 der war hier? Na komm. Danke. 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 alles gefixt natürlich wer wollte dir verarschen mächtig irgendwie sehr stocklos stocklos kommt ihm nur so vor wo ist jetzt das Ding ob ich noch sticks und effektiv von den ich glaube ich da bräuchte wozu bräuchte rocks wlan flamme frage mich nicht wofür ich wozu bräuchte den scheiß daher hätten auch bestimmt keine ahnung ich habe mir jetzt auf jeden fall holz was ich jetzt eigentlich bauen wollte ist so 16 stück brauche ich jetzt hier also kommen jetzt 31 da haben wir jetzt auch habe ich immer genug da können wir schnell muss ja alles noch sorgfältig und akkurat abgehakt werden ja gut zwei schläge sind aber logisch einmal in der Mitte durch und einmal ganz unten durch ja gut klar so so das Problem noch sechs Stück alter ich habe sie sich wenn ich so ein so ein helles Ding seht ich denke ich darf und da ist gleich da kommt irgendeine Leiche an Alter nervt nicht ich bin noch hatte Leiche auch mit der Erzsport ich bin zu geschädigt das ist geil Rüstungspunkten hinter dir hergelaufen Skyrim könnte könnte ich auch wieder spielen ich habe nur die ersten müssen ich habe nur die erste Zeit gemacht so 7 8 9 und da ist jemand mehr in die Falle gegangen jetzt hin oder durch gar nichts gar nichts halbst du mach ich das auch immer Scheißding so dein Flugfeld fertig was hä? ja von mir aus das schilder mit Mama am Boden zurecht das mache ich immer also ich habe Bock auch damit ich bin durch den Boden gefallen was ja das ist mir auch passiert aber von oben nach unten kommst du ja auch gleich vielleicht runter aber nicht mehr von unten nach oben nicht mehr was da ist darf ich? genau hier stehen bleiben bitte kennst du danke ja du kannst doch ein foto teilen ja nein ich muss leider klicken ja komm mach schneller da geht sie in China tief schneller ja wir sind auf den inseln warum kann ich mich nicht bewegen huch wo bin ich hin komm so also und lehrern jetzt wir zu irgend was erzählen werbung für deinen Kanal machen oder mal 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 sagen ähm wann dein erstes Projekt kommt und was wird dein erstes Projekt 1 2 ist noch geheimer wow wow ne also sagen das Projekt wird schon bald kommen ok und äh könntest du ein ein tipp geben was genau es sein könnte es hat was mit raum zu tun ah ich glaub ich weiß sogar was du meinst es gibt viele raumspieler ok ok ähm es könnte Star Trek sein es könnte Star Trek sein es könnte Star Trek sein es könnte äh Alarmstufe 3 sein was hat das mit Weltraum zu tun ja ich hab gesagt dass es Weltraum meine hast du gemeint Raum kann auch Sennetiv sein Raum kann auch mein Kraft sein Gibt uns nähere Raum kann auch Luftraum sein ähm du willst du willst mir es nicht nicht sagen ne ja ich höre ich muss das einfach mal gucken wenn ich wieder zu Hause bin dann muss ich einmal gucken wie ähm ich möchte ganz gerne meine audioaufnahme und mein aufgenommenes ich möchte ganz gerne trennen ok 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 verstehe ich ich habe ihn 2 auch auch er wo was wie er hat was er geht ich hätte es gewissen wir können runter wollen wo ist mein Wagen hä Wagen Hallo gib mir hä Borgelambe Brongo der Toilte hat er wieder Brug ausgerufen viel Spaß beim Bock ah bitte so dann stelle ich mich hier ganz du kannst auch zwei Baumstämme so mitnehmen ja echt so viel wie ich weiß es geht betreibt alles klar aber wo ist jetzt mein Wagen da 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 haben wir das gefixt die säcke ähm ja da so container ich freue ich auf den Tag wo du auch ich über für sie den Päckchen aufmachen darfst wieso nicht gesehen aber in der strand ja doch doch da darf davon gibt es welche habe ich mich auch mal gefragt was ich mit denen machen kann die kann man mit jetzt mit dem Wagen warum bauen die die schon ein weil weil die bekomme ja warum bauen die eine Art eingeborene ein und eine Art noch mal weil die bekommen siehste so die könnten der Zeit bis 0 runterrollen die die ja das will dass ich irgendwas vergessen irgendein Baumschirm ab habe ich vergessen keine Ehre kein Stolz willst du sterben ey du hast es verloren und das wäre krankschwinnigkeit der Klassiker halt doch meine scheisse Steine liegen Mann ey trage flaut ist da ne leiche nee wartein倒 gleich überfahren nann k schön lüssig schöner nacht Nabokoder Amen da n ne oh nicht der eingeborene noch da irgendwo rum ach da liegen auf jeden Fall die Körperteile rum oh schade es geht auch nicht mehr, man schade ne das werde ich machen danke Fehler, Fehler Vogel Was? Was? Fall der Bodenvogel Hä? Auf die Erklärung noch viel weiter Sag mal was ist denn hier los? Machst du sterben initiieren oder was? Ich warte einfach nur hier, die kommt schon zu mir Aber nicht, wenn ich in Haufen toter Vogel liege Sollte man meinen Die stellen sich doch selbst allesamt dahin Guck die nächsten Fehler für umsonst, also ich meine ja nur Was wie von Ratio Farm Na komm, wenn ich will ich die anderen Baumstämme jetzt Gut Möwe, Möwe Also mich soll, mich soll, mich soll, mich soll es nicht kümmern Kann sein, dass wir den wieder in den Büttel gepackt haben Sieht nur so aus, ne Schon war es damit über den Boden Hab ich sowieso, wie er das hinbekommt Das Ding durch den Bodenzug glitschen Nein, da, wenn da keine Ahnung wie viele Baumstämme draufliegen Das Ding in das Herz zieht Schrecklich vorsichtig herzuschieben Das stimmt, wenn das Ding noch nicht mal eine Rede hat Ne Wahrscheinlich eine Antigraf-Einheit dran Das ist jetzt Das schon wieder Sag mal, lass meine Karo Mal wieder hol Moin, hab gern Glück Ich schmeiße den Stein auf den Kopf Böööö, Böööö Bööö, Bööö 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 hau lief einst um den zu lieb das lief ein vom titel bringt das blut einer feinde der ware klingeln koppel er sagt bitte nicht etwa verpackt Total vielleicht doof er auch nicht dringend auch wenn ich muss sowieso nur gleich gleich los ok lalala 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 zu töten ich war nicht so schnell ich kriege ich immer mal meine fehler ich kriege immer fehler kurz geht da ein kurz vorhin dabei egal dass die hallo ich habe auch die nicht nur wieder da hin sonst auch jemand jemand der Beschwerden hat du stehst tschüss mir hat die Möwe angeschieden Möwe wie du stehst mir hat ja eine Möwe angeschieden du Fischfotzee Möwe Möwe lass die Baustimme da drin liegen lass dich mal da landen im Zeilen die tollste Baustimme da mit uns die Form wäre gleich richtig und hier Hallo oh mein warte Börst du das Eck du baust dir jetzt eigentlich überall ein Haus weil ich mir spätestens noch einen Weg machen will der ich hier lang führt naja gut du brauchst ja eine Dingens ne eine Menge Immobilien damit du eine Menge Immobilien einer machen kannst klar dann für die Jäger bietest du an gegen die Eingeborenen anzutreten ja wenn die mal grad so extrem Langeweile haben ja naja wie kann ich das füllen obwohl es nicht regnet du da freu ich mich auch hä hä voll musst du mit ihm in der Hand vielleicht gehen hä 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 aa man hä 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 hat honger Da siehst du, das Fleisch ist weg. Das... Ja, du hast doch gesagt, das frisst du auch mehr weg. Regenschauer. Glaubst du, war das jetzt mit dem Fleisch trocken? Hey, so wird das zum Beispiel feucht und nass und zart. Ja, zart mit Dickschirmbildbelag. Ja, brauchst du wenigstens keine Filz mehr drauf zu sehen. Und Teppichbelag hast du dann dafür auch. So. Schimmel, Schimmel, Ritzensammler. Möwe? Möwe! 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 Wenn nicht zudem die Alkunde allein. What the fuck? Die Lerns, wenn du auch frierst, sonst will ich vielleicht mal Feuer anzünden. Stimmt. Hab ich noch eins? Soll ich vielleicht irgendwo hingehen, wo sich heimhützt? Stimmt! Ich hab noch eins. Ist mir mal grad so nebenbei eingefallen. Wo kommt der Alts her? ein geschenken guck mal nicht ins maul du weißt nicht wo noch 1 2 3 4 klöpfe vier köpfe zu mitnehmen habe ich den hier eingebaut ja davon ist doch so low energy eat something get the rest wird er hat sich erst mal wieder eine bomb ich bin ich habe kein Wunscherzeuge und ich habe keine Bombe aber egal ob er aus dem Grafen das gibt das gibt selbstbewusstsein bewusstsein Einfach mal von dem eingeborenen Ja Komm 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 Hallo ich traue das landung da bin ich noch mehr neuen gute preise doch verschafft hab noch hat noch zwei genug außerdem bitte keine werbung für und für produkte hier herr doch ich habe schon erwähnt sei froh eigentlich mache ich ganz leicht näher ich mache gleich eine leichen sammelstelle auf ich mache mich hier unten eine leichenstation auf dann will ich da unten aber nicht wohnen alter nach einer woche oder so ist es da unten sinken die preis rapide hi nein lass mich ah alter einfach an beiden enden abgekattet weißt du einfach gerade abgeschnitten nach dem schildkröte einfach ratsch weißt au arme schildi und er hat als stück benutzen aber ich meine wollte du musst du brauchst du bist gut meinten haben kreibern derzeit müssen immer mehr und wo kommt denn her und darum um jetzt die leiterung er wird wieder da oben geil, finde ich gut und zwar ganz genau, der Torso liegt da wieder oben, was soll das? geh weg Alter, roll schon in die richtige Richtung Alter sind penetrante Kackleichen hä? nein, du falschrum, Digga wie schnell der Kerl rennen kann du machst den Baumstamm durch ihn durchgespießt das ist Köln hä? das sind die Leichen verschwunden das ist die Leiche von da hinten wenn du jetzt wieder hochgehst, will ich sie wieder da oben du schlachtest mit dieser Arschritzenachse eiskalt aus dein Essen das ist die Leiche von der Karte das ist der Stahlweg, verdammt! das ist der Stahlweg, verdammt! so man ey! mein Auge so, also hi lass mich, wir können über alles reden versteck dich bleib ich bin traurig hast Kumpel getötet Federn ähm, ich ziehe deinen Stein, ich bin getart komm her! wir können über alles reden, das weißt du ganz genau, was wir wollen das reden können nein, lass das! nein, nein, lass das! nein, 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 nein also, Kiesestein mal gucken ich bin die investiert ich bin ich bin ich habe ich bin ich habe ich bin auf die ich bin mal messer tsch tsch bei die hat ja, scheiße, es so so wie viel Federn habe ich 30 der scheiß ich fall ins Bett ohne Gnade Kremulade ohne Stöcke geht das schlecht ich will was anderes machen ach so deine Axt ja dann lohnt's doch jetzt nicht mal für die Aufnahme im Session weil es wird sowieso nicht gespeichert wieso doch nein doch hast du die Axt jetzt schon mal verbessert ich verbessere die halt damit so schneller beim abbauen ist ja aber sobald du speicherst und wieder lagen ist zwar besser weg wie jetzt ja der speichert diese Verbesserung nicht mit ja dann brauch ich halt versuche ich so gut wie es geht das Ding hä sollte er jetzt fehler sein hier schon theoretisch vor Ort er ist wieder weg es bleibt ein bisschen verdammt er vor Ort und schütteln aber zu können aber es bleibt hier die Arzt zu stecken was sie hat die Klappe nachgewachsen kommt das haus ist schön das könnte zu mir ich werde das wird hier noch nicht ich bin ich bin ich bin der Herr der mich gerade aufgenommen hat könnte ich bitte wieder weg hab ich doch schon und schon mal richtig zu ich kann fliegen ja so viele Federn einfach als war der Schroffelte dabei hast du ihn jetzt ha 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 da hab ich dahinter kannte der Axie mal den Vogel getötet der Vogel wollte so die Exekution seiner Freundin ich weiß, der wurde selber exekutiert der ist die Axie schilder also da ja wir wollten ja heute suchen wo ist wir brauchen noch 155 Loks die ich denke mal werden wir in der nächsten Folge wo sind meine Freunde wo sind meine Freunde da feigesau feigesau ist feige man frischfleisch man ich habe die ins meer geschmissen also nicht lief ich wieder oben in einem stützpunkt so halt mal da hinten die monatops sind auch nicht mehr das was sie mal waren wenn ich mal treffen würde jedoch gebrennt die flaschen sich einfach hinstellen da du stirbst doch schön macht spaß ja gut schön wagen wird wohl doch früher dieser kalt ja ich will zu anhänglich leicht findet also für die poli kugel alter seit wann es seit wann nebelt ist so extrem alter falter so gut vor allem keine kekse so machen wir erst mal jetzt ein break darum es ist wieder die kopflose leiche so habe ich herrlich geht hätte eingebaut so ich hab ich vermag das mal nach hinten so wenn ich mich mal speichern und auch was für diese folge hast du noch einen abschlusssatz gut das war das vor zum dienstag wir sehen uns dann in ein anderes projekt wieder und abonniert den kanal liked gibt auch genau link ist in der beschreibung auch zum guten leran lp du hast mehr wie ich so dann sehen wir uns es gibt viel zu schauen wir sehen uns dann in den anderen wie gesagt schaut beim modwin lp rein bei wenn ich weiß was ich gucken sollt schaut seine alten seine neuen und seine zukünftigen lps aboniert mich daumen nach oben guckt bei modwin guckt bei lehrer anjas guckt bei mir abonniert alle abonniert die eingeborenen wo wir falsch internet haben sollten www wie ärgere ich den spieler.de ah ich könnte sein holzlaut das kriegen wir hin klack 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 wir sind natürlich bis dahin bam